Seit Jahrhunderten bauen Menschen Läden vor ihre Fenster, um das Haus kühl oder warm zu halten, ein Licht- oder Sichtschutz zu haben oder um Einbrecher abzuhalten. Ja, und was Rollläden und Fenster der neuesten Generation leisten können, das schauen wir uns jetzt mal auf einer Baustelle an. Dieses Fenster ist zusätzlich mit Pilzköpfen gesichert und zu ihrer Sicherheit laufen die einmal komplett drum rum. Dadurch lässt sich das Fenster extrem schwer aufhebeln. Tja, und die Fensterbänke, die sind aus Naturstein oder Kunststein. Glauben Sie mir, hält ewig. Wo hat Heinz van Heiden die Rohrläden versteckt? Die sind komplett in die Wand integriert und über eine schmale Leiste wird außen die Revision durchgeführt. Hören Sie, wie leise die laufen? Das liegt auch daran, dass bei der Herstellung hochwertiges Aluminium verwendet wurde. Ja, und Rollläden sind ganz wichtig für das Temperaturmanagement in Ihrem Haus. Weil im Winter sorgt es dafür, dass die Wärme drinne bleibt und im Sommer sorgt es dafür, dass die Wärme draußen bleibt. Ja, und das ist gut für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel. Wie wir auf der Baustelle gesehen haben, sind alle Rollläden bei Heinz van Heiden immer elektrisch angetrieben. Ja, und wenn Sie mehr wollen, machen Sie Ihr Haus doch Smart Home fähig. Das heißt, Sie können die Rollläden entweder über eine App bedienen oder über eine Zentralsteuerung, wo Sie verschiedene Szenarien zur Bedienung hinterlegen können. Hören Sie, was Sie haben immer noch.